Atalanta Bergamo hat im Europa League Finale recht eindrucksvoll bewiesen, dass Bayer Leverkusen doch nicht unschlagbar ist und in diesem Video möchte ich mal näher analysieren, wie ihnen das gelungen ist. Die Italiener haben Leverkusen über das komplette Feld Mann gegen Mann angelaufen und somit eigentlich wie immer unter Gasperini gespielt. Ich habe auch vor kurzem ein gutes Video über deren Spielweise gesehen von FootballMeta, ist ein englischsprachiger Taktikkanal, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und so war also genau diese Herangehensweise von Atalanta zu erwarten, dass sie so gegen den Ball agieren, weshalb ich schon sagen würde, dass Xabi Alonso sich hier klar vercoacht hat. Er wusste genau, was auf ihn zukommt, hat seinen Matchplan, den ich gleich noch näher bespreche, auch dahingehend angepasst, aber der ist halt überhaupt nicht aufgegangen, man kam nicht ins Spiel und war schon die schlechtere Mannschaft. Wir haben jetzt hier zu Beginn des Spiels das normale Aufbauschema von Leverkusen mit den drei Innenverteidigern, den Flügelverteidigern außen und im Zentrum der Doppelsechs aus Palacios und Xhaka, aber halt eben komplett manorientiert zugestellt. Leverkusen hatte dann mehrere Ideen, um sie dennoch zu überspielen, einmal sehen wir hier Xhaka, der sich etwas tiefer fallen lässt, dafür lässt sich dann Wirtz auch tiefer fallen auf die Höhe von Palacios, wodurch du halt drei Spieler im Mittelfeldzentrum hast. Allerdings halt auch wieder komplett zugestellt von Atalanta, die eng an ihrem Gegenspieler sind, vor allem im Zentrum. Eine andere Variante hier, die wir auch zu öfter gesehen haben, war, dass Dani Sütz sich in Versens Zentrum orientiert hat und somit auch wie in dem Beispiel den Passweg auf Rimpong außen geöffnet hat, der hier auch den Ball bekommt, aber halt auch direkt einen Mann an sich hat und somit war es extrem schwierig, die Situationen von hinten heraus aufzulösen. Teilweise sahen wir auch diese beiden Muster gemeinsam, also Xhaka, der sich hier sogar noch tiefer fallen lässt in die Abwehrreihe, Wirtz, der sich erneut ins Mittelfeld fallen lässt und Stanisic, der von rechts ins Zentrum schiebt. Was genau sagt uns das? Dass Leverkusen vor allem durchs Zentrum nach vorne spielen wollte, was aber extrem schwierig war aufgrund des Mannbezugs von Atalanta. Da muss ich an der Stelle auch nochmal einen Sonderlob aussprechen, da war es nicht so, dass ein Spieler einen zugeteilten Gegenspieler hatte, den er über das komplette Feld verfolgt hat, denn das wäre gegen Leverkusen tödlich gewesen, die ja wie ich hier auch dargestellt habe, mit Xhaka, mit Wirtz und Stanisic schon auch die Positionen rotiert haben. Atalanta hat da die Gegenspieler echt gut übergeben und trotzdem diszipliniert und enger Mann verteidigt. Und ich glaube, der eigentliche Matchplan von Alonso war es auch, genau dieses Pressing von Atalanta auszunutzen, um deren Spieler aus der Position herauszuziehen und somit Räume hinter der Kette zu kreieren. Ich meine, die standen auch extrem hoch, deshalb hat er auch die extrem schnell und vorne spielen lassen mit Atli und mit Frimpong und auch mit Wirtz und dafür keinen klassischen Stürmer oder Zielspieler vorne drin gehabt, mit einem Schick oder Boniface auch in einer gewissen Art. Allerdings wurde das einem dann so ein bisschen zum Verhängnis, denn im Aufbauspiel konnte man sich kaum befreien, hat dann des Öfteren den langen Ball gesucht und die kamen teilweise auch recht gut, aber die drei Offensivspieler wurden physisch einfach komplett aufgefressen von der Atalanta-Abwehr. Die hatten zwar Tempo-Vorteile, aber körperlich bist du mit Wirtz, Atli und Frimpong natürlich nicht ganz so stark aufgestellt, vor allem wenn die Gegenspieler immer extrem enger Mann sind. Selbst wenn Atalanta sich mal etwas fallen lassen hat, dann haben sie aus ihrer 5-4-1, 5-2-3 Grundstruktur heraus agiert, es aber dennoch mannorientiert verteidigt. Ich habe hier mal eine Szene, da wurde Leverkusen im Ansatz gefährlich, was es so in dem Spiel tatsächlich sehr selten gab. Da spielt Hinkapier mal einen linienbrechenden Pass auf Wirtz, der ist dann im Zusammenspiel mit Atli und entscheidend ist dann, dass man die Seite extrem schnell verlagert. Der spielt hier auf Stanisic, der spielt dann mit Xhaka und dann hat man Tabso Bar auf der halbrechten Seite frei, der dann mal ein bisschen Platz zum Antribbeln hat. Und genau dieses schnelle Verlagern der Seite war viel zu selten der Fall, war aber extrem erfolgreich wie in dem Fall, denn da hattest du dann mal ein bisschen Zeit am Ball. Tabso Bar spielt auch einen genialen Pass in die Schnittstelle zu Frimpong, der spielt quer auf Grimaldo, der trifft den Ball nicht. Aber das war viel zu selten der Fall, das hätte ich gerne mal des Öfteren gesehen. Denn der Plan von Leverkusen war wie gesagt, vertikal durchs Zentrum zu spielen, aber man hätte, wie ich finde, das Öfteren mal über einen Flügel aufbauen sollen und dann schnell die Seite verlagern, denn da war Atalanta in dem Spiel definitiv anfällig. Das Pressing war aber nicht nur entscheidend, um Leverkusen an deren eigenen Chancenkreationen zu hindern, sondern war auch entscheidend für die Tore von Atalanta. Beim ersten Tor war es noch nach einem eigenen Eckball, hier beim zweiten Tor sehen wir, Leverkusen baut auf. Kowa im Tor von Leverkusen hat keine Passoption, spielt dementsprechend den langen Ball auf Adli, der bekommt dann Druck, ist kein klassischer Zielspieler und köpft den Ball nach hinten. Der Ball kommt zu Lukman, der macht es natürlich stark, aber dennoch muss man auch hier sagen, dass Leverkusen auch gegen den Ball nicht den besten Tag hatte. Ein Xhaka lässt ihn hier einfach durchkommen, ansonsten waren die Leverkusen-Spieler auch mental nicht wirklich auf der Höhe, weshalb die Niederlage absolut verdient ist und wir gehen jetzt mal über in die zweite Halbzeit. Da war es so, dass Atalanta sich des Öfteren mal tiefer fallen lassen hat, einfach weil man das hohe Pressing so nicht dauerhaft aufrechterhalten kann, aber auch da hat man es mannorientiert verteidigt, das sehen wir hier ganz gut. Zum Beispiel Wirtz im Zentrum wird vom zentralen Innenverteidiger Hien verteidigt und selbst bei diesem vielen hohen Ballbesitz gegen Ende des Spiels hat es Leverkusen überhaupt nicht geschafft, sich Chancen herauszuspielen, weil es Atalanta diszipliniert verteidigt hat und ihnen gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, Situationen auf engem Raum aufzulösen. Genau aus dieser Szene gewinnt Atalanta auch den Ball, kann dann in den Konter übergehen, Scamacca treibt den Ball, spielt links raus auf Lukman, der seinen dritten Treffer markiert. Absoluter Man of the Match und somit auch den Siegtreffer für Atalanta erzielt, weil Leverkusen auch hinter draus nicht mehr zu Chancen kommt und daher absolut verdient verloren hat. Das soweit meine kurze Analyse zum Europa League Finale. Was sagt ihr zum Spiel? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!